Ja moin moin und herzlich willkommen zurück bei Triops Gigant. Was soll ich sagen, meinen Australiensis geht es immer noch gut. Alle drei sind immer noch am Leben, legen immer noch fleißig Eier. Es ist echt erstaunlich, die fühlen sich po del wohl. Wahnsinn, ich musste bis jetzt gar nichts mehr in den Becken machen, ich wollte einfach mal gucken, wie es sich so entwickelt und auch wenn es so algig ist, Wahnsinn, also nichts, kein Feld da drin, keine Sauerstoffbelüftung. Oben drauf, wie man sehen kann, alles voll mit Wasserlinsen. Es ist echt heftig, aber cool. Da kommt wieder eine Angeflitze und da hinten noch eine. Die sind echt aktiv und sind anscheinend sehr robust. Wahnsinnstiere. Na gut, das war es erstmal. Bis zum nächsten Mal.